Unfaires Altersversorgungssystem, Beamtenpension steigen, Renten, gesetzliche Renten sinken. Mein Name ist Peter Knöbel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich steige gleich mal in einen Beitrag aus der Frankfurter Rundschau vom 2. Oktober 2023 ein. Ich würde das mal ein bisschen größer machen, dass Sie das vielleicht mal sehen. Dort gibt es eine Headline, die heißt, Beamtenpensionen steigen weiter, Rente bleibt niedrig. Warum das aktuelle System unfair ist? Meine Damen und Herren, Sie wissen, so ich es auch gesagt habe auf zum Beispiel unseren neuen YouTube-Kanal, eine gerechte Rente für alle Generationen. Dass ich dafür stehe, dass wir eine gesetzliche, dass wir eine einheitliche gesetzliche Rentenversicherung bekommen. Und das ist aus meiner Sicht extrem wichtig und das wird auch bestätigt durch diesen Artikel, den ich hier Ihnen gerade mal vorstellen möchte. Früher oder später muss es in Deutschland eine Reform der Rente geben. Das wissen eigentlich alle, denn das aktuelle System ist nicht mehr für die Herausforderung der Zukunft gewappnet. In den kommenden Jahren gehen die Babyboomer in Rente übrig bleiben, die Nachfolgegenerationen, die zahlenmäßig unterlegen sind. So sagt es die Frankfurter Rundschau. Und das Umlageverfahren kann diesen demografischen Wandel einfach nicht mehr stemmen. Und da gibt es natürlich viele Ideen, wie man die gesetzliche Rente wieder zukunftsfest machen sollte. Und ich präferiere ja die Gleichbehandlung von Beamten und Angestellten. Das heißt also alle in ein System einzahlen, auch die Selbstständigen so wie ich. Ja, ich zahle ja auch schon in die gesetzliche Rentenversicherung ein mit freiwilligen Beiträgen. Ich tue also auch ein bisschen was für die Solidarität und meckere nicht nur rum den ganzen Tag, sondern ich stehe auch zu meiner gesetzlichen Altersrente und auch zu meiner gesetzlichen Rentenversicherung. Ich bin also ein ganz großer Fan der gesetzlichen Rentenversicherung, weil sie doch über viele, viele Jahre, viele Jahrzehnte gute Aufgabe, gute Dienste geleistet hat und auch für relativ sichere Renten gesorgt hat. Was aber jetzt aufgrund der aktuellen politischen Situation und auch der demografischen Situation wirklich in Frage gestellt worden ist. Und das hat ja auch der Bundeskanzler erst kürzlich gesagt, dass er sagt, wenn das so weitergeht, ist die Rente nicht mehr sicher. So, jetzt haben wir aber das Problem in Deutschland, dass wir zwei Altersversorgungssysteme haben. Nämlich einmal für die Altersversorgung der Beamten und eine für die gesetzlichen Versicherung. Die Beamtenversorgung sind irgendwo zwischen zwei bis vier Millionen Beamte, die da abgesichert sind und für die gesetzlich Versicherten über 40 Millionen Angestellte, die jeden Tag, wie die Beamten auch, arbeiten gehen. Und das unterschiedliche System wird damit begründet, dass der Staat als Arbeitgeber zwei Säulen der Altersvorsorge bezahlt. Bei normalen Angestellten sind es die staatlichen Leistungen, da ist das nur durch eine Säule abgedeckt und dann gibt es noch die betriebliche Altersversorgung als zweite Säule und dann gegebenenfalls auch noch für die als dritte Säule dann noch die Riester und Rürobrände. Und bei den Beamten ist es schlicht und ergreifend so, da gibt es eine Absicherung, nämlich die Pensionen. Und die Begründung dafür, dass es Pensionen gibt, die auch höher sind als die gesetzliche Rente, war in der Vergangenheit so, dass früher Staatsbedienstete, so sagt es auch der Beitrag der Frankfurter Rundschau, weniger Geld verdienen konnten als zum Beispiel in der freien Wirtschaft. Die Arbeit für den Staat also weniger lukrativ war. Das Argument ging also so, Beamte arbeiten jahrelang in einem Beruf, bei dem sie weniger Geld bekommen, sie erhalten dann aber im Gegenzug dafür ein höheres Ruhegehalt. Ja, meine Damen und Herren, jetzt ist aber folgendes Problem. Dieses Argument ist überhaupt nicht mehr schlüssig. Wir haben jetzt in Deutschland die Situation, dass Beamte deutlich höhere Gehälter haben und auch die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst immer dazu führen, dass die Beamtengehälter immer mehr steigen. Laut dieses Artikels vom 2.10.2023 in der Frankfurter Rundschau gibt es eine Umfrage, eine Medianumfrage und dort erhalten im Schnitt Beamte mittlerweile 79.900 Euro brutto pro Jahr. Das heißt also, alle Beamten zusammengefasst, die aktiv Dienst tun, erhalten 79.900 Euro brutto im Jahr. Und das Brutto-Jahreseinkommen von Angestellten war laut derselben Umfrage mit 58.400 Euro deutlich niedriger. Und dann ist es auch so, dass Beamte eine bessere Krankenversicherung genießen, weil sie nämlich privat versichert sind, aber eben nicht zu 100%, sondern 50% der Versicherung oder der Krankenleistung übernimmt auch wiederum der Dienstherr über eine Beihilfestelle. Dafür muss der Beamte nichts zahlen. Der Beamte bezahlt also sozusagen nur die Hälfte seiner Krankenversicherungskosten über eine private Krankenversicherung. Ja, meine Damen und Herren, und die höheren Gehälter von Beamten spiegeln sich natürlich auch in den Pensionen wieder. Das heißt also, meine Damen und Herren, wir haben es mit Ruhestandsgehältern zu tun von Beamten im Schnitt von über 3.200 Euro. Im Gegenzug dazu bekommen Menschen, die in Deutschland 45 Jahre gearbeitet haben, 1.600 Euro monatlich Rente. Ja, also die Hälfte weniger bei gleicher Arbeitszeit oder vielleicht sogar 5 Jahre mehr. Also Rentnerinnen und Rentner erhalten im Schnitt, das ist das sogenannte Rentenniveau, 48% des Durchschnittsgehalts aller Versicherten und haben damit viel, viel niedrigere Ruhestandsgehälter. Und das, meine Damen und Herren, kann so nicht weitergehen. Und das führt auch zur massiven Verärgerung der allgemeinen Bevölkerung und ein Großteil der Bevölkerung, die sagen schlicht und ergreifend, Leute, so geht es einfach nicht mehr weiter. Wir müssen endlich mit diesem, mit diesem Unter-, also praktisch mit dieser Trennung beider Systeme aufführen. Wir müssen beide Systeme in irgendeiner Art und Weise zusammenführen. Und da haben wir ein super Beispiel. Das ist das Nachbarland Österreich. Die haben schon vor mehr als 20 Jahren die Systeme vereinheitlicht. Das heißt also, die Folge dieser ganzen Vereinheitlichung ist, dass alle in Österreich in eine Rentenkasse einzahlen. Alle selbstständige Beamte, Notare, Anwälte, Rentenberater, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, alle zahlen da ein. Und die Folge ist, in Österreich sind die gesetzlichen Renten deutlich höher. Ein männlicher Neurentner in Österreich erhält im Schnitt 2.174 Euro an Rente. Ja, meine Damen und Herren, ob jetzt hierzu eine Verfassungsänderung notwendig ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, es gibt Rechtsgutachten, die sagen klipp und klar, dass es überhaupt kein, rechtlich überhaupt kein Problem ist, dass der Staat regelt, wie die Altersversorgung für die Zukunft von Beamten aussehen könnte. Und Beamte können, also Neubeamte zum Beispiel, nicht Bestandsbeamte, Neubeamte, können selbstverständlich auch in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sein. Dann müsste aber der Arbeitgeber letzten Endes noch eine Zusatzversorgung mit einbauen, dass hier entsprechend der Alimentierung oder der Alimentierungsvorsorge hier auch der Beamte ordnungsgemäße Rentenleistungen bekommt. Ob das wirklich so politisch heikel ist, wie es hier in dem Beitrag dargestellt worden ist, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber Fakt ist auf jeden Fall eins, es reicht nicht aus, wenn Sozialminister Hubertus Heil, wie hier beschrieben, eine Vorsorgepflicht für Selbstständige einführen will. Denn diese Vorsorgepflicht wäre nur fakultativ. Das heißt also, Selbstständige könnten das gesamte Programm wieder abwählen. Das ist letzten Endes ja wieder so ein Entgegenkommen für die FDP, die ja im Grunde genommen eine einheitliche staatliche Rentenversicherung per se ablehnt, weil sie dahinter nichts anderes als den planken Kommunismus vermutet. Also das ist sozusagen diese große Angst der Liberalen. Aber meine Damen und Herren von den Liberalen, ganz ehrlich, hören Sie doch einfach mal mit Ihrer fürchterlichen Klientelpolitik auf, sondern kommen Sie einfach mal auf den Boden zurück. Denn wir haben in ein paar Jahren ein Riesenproblem. 50 Prozent des Staatsaufkommens werden wir in ein paar Jahren für die gesetzliche Rente und auch für die Bahnenpensionaufkommen zahlen müssen. Und das würde dann dazu führen, dass wir hier in Deutschland ein Riesenfinanzierungsproblem bekommen. Denn dann können wir uns zum Beispiel keine ordnungsgemäße Kinderversorgung mehr leisten. Wir können uns keine ordentliche Schulbildung mehr leisten. Wir müssen dann sozusagen hier wirklich jeden zweiten Euro Steuergelder nur für diese beiden Systeme aufwenden. Das kann auch nicht im Sinne der Freien Demokraten sein. Also reißen Sie sich endlich mal ein bisschen zusammen und kommen Sie auf den Boden zurück und hören Sie vor allen Dingen endlich mal auf das, was die Bevölkerung sagt. Denn ich weiß, das merke ich auch in vielen Gesprächen, die wir hier in der Kanzlei führen, die wir auch in der Familie führen, die wir auch am Stammtisch führen, die wir in den Kneipen führen, wenn wir mal draußen sind. Die Leute wollen eine einheitliche gesetzliche Rentenversicherung haben. Und zwar ohne Wenn und Aber. Das ist eine Gerechtigkeitsfrage. Das ist auch eine Solidaritätsfrage. Dass wir untereinander solidarisch sind, dass wir sozusagen alle in einen Topf einzahlen und dann auch höhere Renten bekommen. Und dann hört auch diese leidliche Diskussion zwischen Beamten und Angestellten auf. Wer ist besser? Wer hat mehr? Das hört dann endlich auf, meine Damen und Herren. Ich bin der Meinung, eine einheitliche gesetzliche Rentenversicherung würde dieses Problem auf jeden Fall lösen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super starke Woche. Hoffentlich bald ohne zwei Rentenversicherungssysteme, nur noch mit einer einzigen Rentenversicherung, nämlich einer einheitlichen Rentenversicherung. Und dann schauen wir mal weiter, wie es dann in unserem Land dann aussieht. Nochmals, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, eine tolle Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Untertitelung des ZDFs